Hallo, mein Name ist Josef Preissenschuh, ich bin Leiter der Fachabteilung Mittering. Wir sind Teil der Abteilung Netzkunden in der Salzburg Netz GmbH. Wir an der Abteilung Mittering sind verantwortlich für den Betrieb aller Kundenzählungen für Strom, Gas, Wärme und Wasser. Wir sprechen bei den Zählern von mehr als einer halben Million an Zählern bei Kundenanlagen. Über alle Sparten und noch zigtausenden Zusatzgeräten, wie Tarifschaltgeräten, Modems, Messwandler und Gasdruckregler. Also die Bandbreite ist sehr groß. Aktuell arbeiten im Bereich Mittering 14 Personen. Eine von ihnen ist eine echte Zählerexpertin. Hallo, ich bin Eva Ramadan, ich bin 28 Jahre alt und lebe seit 2010 in Salzburg. Ich habe im Jahr 2012 bei Salzburg AG mit der Lehre als Anlagen- und Betriebselektrotechnikerin angefangen und bin zurzeit Zählerprüferin und Mitarbeiterin der Eichstelle von 25, der Salzburg AG. Meine Aufgaben sind Eichhungen von Stromzählern, Qualitätsprüfung im Zuge der Gerätelieferung, Stichprobenprüfungen, QNF, die Bearbeitung von Kundenreklamationen in Bezug auf Stromzählern und die Erstellung neuer Prüfabläufe für neue Zähler. Das Logistikzentrum zieht Stichproben. Diese kommen dann zu Eva und werden hier im Bereich Mittering auf der Prüfeinrichtung montiert und auf Herz und Nieren geprüft. Wir prüfen pro Tag und pro Station 20 Zähler. Bei Beschaffenheitsprüfung prüfen wir, ob die Zähler den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und ob zum Beispiel das Gehäuse in Ordnung ist und die Aufschriften passen. Bei meteorologischer Prüfung werden die Zähler auf Genauigkeit, Funktion und Kommunikation getestet. Dabei werden verschiedene Lastpunkte aufgeschaltet und da die Fehlerabweichungen gemessen. Ganz wichtig bei uns ist natürlich, dass man eine Technikaffinität mitbringt für den Job. Die Ausprägung ist gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass man mit Technik vertraut ist, dass man mit Technik was anfangen kann. Die Weiterentwicklung ist dann auch noch hin sehr speziell. Wir haben sehr unterschiedliche Berufsbilder. Ich sage mal, die Technik-Tieftaucher, die dann wirklich zu Experten werden, was Geräte und Systeme betrifft. Aber was sehr wichtig ist bei uns, ist natürlich ein sehr guter Teamspirit und eine sehr hohe Kooperationsbereitschaft. Man darf ja nicht vergessen, dass die Zählerprozesse sehr weitreichend verzweigt sind im Unternehmen und deswegen müssen wir mit sehr vielen Partnerorganisationseinheiten und Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, damit wir richtig wirken können im Gesamtkontext im Unternehmen. Mir macht es besonders viel Spaß, im Team zu arbeiten und Sachen testen, probieren und freigeben. Wenn Sie sich für einen Job in der Salzburg AG interessieren, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at www.salzburg-ag.at